Hier scheint die Zeit noch stillzustehen. In der Wurzner-Schillerstraße findet man bei Richters Raritäten, Trödel und Antik Schätze aus vergangenen Zeiten. Doch von wegen Stillstand. Beim Profitrödler Richter, bekannt aus diversen Fernsehformaten, gibt es durch tägliche Warenannahmen ein ständig wechselndes Angebot. Kaum findet der Kunde sein Schmuckstück, was bei dem großen und vielfältigen Angebot sowie dem guten und herzlichen Service nicht schwerfällt, wird auch schon wieder nachgelegt. Annahmen erfolgen durch Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen bis Besenreihen inklusive der Wertanrechnung. Dazu kommt die Annahme von Möbeltransporten und Umzügen bis 3,5 Tonnen. Wer also noch verborgene Schätze hat, die dem Keller zu schade sind, kann sich gern melden. Die schönen Dinge aus zweiter Hand finden sich dann in einem der mittlerweile vier Geschäfte. In Riesa, Oschatz oder eben wie hier in Wurzen. Bei all der Vielfalt an Gebrauchtmöbeln, Wohnaccessoires, Hausrat- und Elektrogeräten sowie natürlich jeder Menge aus erlesenem Trödel, bietet auch eine gemütliche Bücherecke eine kurze Verschnaufpause. Das war damals mein Lieblingsbuch, das möchte ich unbedingt haben, hört man die Kunden sagen und schon wurde wieder jemand für kleines Geld glücklich gemacht. Doch das ist nicht alles. Glück kommt ja bekanntlich selten allein. Tja, das Beste, das kommt bekanntlich zum Schluss. Da am Anfang des Jahres sowieso meistens der Geldbückel etwas klemmt, haben wir uns gedacht, dass wir ab sofort folgende Aktionen machen. Sie können zwei Artikel, egal welche Art, bei uns kaufen und erhalten das günstigere kostenlos geschenkt dazu. Also das heißt einmal kaufen, zweimal mitnehmen. Und das Ganze machen wir bis zum 15. Februar diesen Jahres. Das Beste kommt zum Schluss oder eben bis zum 15. Februar. Also vorbeischauen und mittrödeln. In Wurzen, bei Richtersraritäten, Trödel und Antik in der Schillerstraße 5.